Ja, Afghanistan ist für mich ein Thema, was ich lange beobachtet, wo ich lange berichtet habe, viele, viele Wochen, Monate in den vergangenen zehn Jahren immer wieder und zuletzt im August und im Juli. Und ich habe das Gefühl, dass wir Afghanistan wieder vergessen. Ich bekomme immer noch jeden Tag Nachrichten von Menschen, die dort festsitzen, die sagen, dass sie nicht rauskommen, die eigentlich mit der Bundeswehr gearbeitet haben, mit dem Außenministerium. Und es bedeutet für diese Menschen Lebensgefahr, jeden Tag aufs Neue Lebensgefahr, weil sie gegen die Taliban sind, weil sie für Ausländer gearbeitet haben, für Deutschland gearbeitet haben. Und ich glaube, dass wir dringend das Thema wieder mehr in den Fokus rücken müssen. Das machen wir hier bei BILD, denn nach dieser Sendung gibt es eine Doku, eine Dokumentation von mir über Afghanistan. Ja, vielen Dank, Paul. Also ich bin gespannt darauf, die zu sehen, entweder heute oder im Stream, etwas später dann auch. Ich weiß auch, was du da auf dich genommen hast, tatsächlich da hinzufahren und mehrfach dann auch. Du bist ja zurückgewiesen worden, einmal als du, kann man schon sagen, unter Einsatz deines Lebens da reportiert hast, berichtet hast, als letzter deutscher Journalist vor Ort dann auch dort und uns eben mitgegeben hast, was da gerade passiert. Und insofern ist das eine unglaublich wichtige Dokumentation. Wir müssen da weiterbleiben. Ich war ja als Regierungssprecher aktiv, als wir damals den entscheidenden Schritt gemacht haben, nach 9-11 gesagt haben, Solidarität ist uneingeschränkt mit den USA. Und deswegen, weil die Afghanistan ausgemacht hatten als Hort des Versteckes von Osama bin Laden, den bin ich da mit, 20 Jahre später, war ich auch einige Male mit da, du warst viel öfter da. Aber es war zu sehen in den laufenden Jahren, wie die Taliban immer mehr Macht hat und wie wir leider auch als Regierungen, die danach kamen, immer mehr Macht den Taliban zugestanden haben. Als letztes, ich kann mich erinnern an eine Reise mit Frank-Walter Steinmeier dorthin, als er noch Außenminister war, da wollten wir eine Schule besuchen mit Männern, Mädchen und Jungs. Die Mädchen waren aber nicht da, weil die Taliban die ferngehalten hatten und wollten dieses Symbol nicht. Das war Jahre vor dem Sturz von Kabul. Da war schon erkennbar, welche Macht die ausüben, dass die solche Symbole eben unterwandern. Und eigentlich hätte man da spätestens sagen müssen, keine Verhandlungen mehr. Das war schwer, weil die USA natürlich parallel verhandelt haben, aber das ist eine große Schuld, die wir da auf uns geladen haben. Und wir müssen da etwas tun, um den Menschen zu ermöglichen. Das heißt auch was über unsere Aufmerksamkeitsökonomie, muss man sagen. Also wir haben ein paar Wochen hingeschaut und immer berichtet, live sozusagen, was dort passiert ist. Und jetzt, muss man auch selbstkritisch sagen, auch bei uns sozusagen, ist das Thema natürlich wieder nach hinten gerückt. Wir haben gestern Abend erst über Afghanistan gesprochen. Da war zum Beispiel Bijan Djeazarei hier, der schon vor zwei Jahren hervorgesagt hat. Also bei uns nicht. Ja, ich meine sozusagen insgesamt. Natürlich, die Leute sind abgestumpft, die haben so viele Konflikte auf der ganzen Welt, dass sie irgendwie gar nicht mehr nachkommen am Ende. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass weiter berichtet wird. Aber deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass heute auch im Rahmen der Sondierungsgespräche auf Bundesebene die Verabredung getroffen wurde, darüber nachzudenken, entweder eine Enquetekommission einzusetzen, die die 20 Jahre insgesamt betrachtet. Und auf der anderen Seite möglicherweise sogar ein Untersuchungsausschuss, der sich mit der Frage des Truppenabzugs nochmal auseinandersetzt. Also um das aufzuarbeiten, um es auch zu erinnern, wachzuhalten, könnten das ja zwei Instrumentarien sein. Ich glaube, um das zu ergänzen, neben der Bereitschaft, mit den Taliban zu reden, immer weiter Kontakte zu halten, gab es natürlich einen zweiten, für mich eigentlich noch größeren Fehler, dass der Westen, ohne genau hinzuschauen, Milliarden in ein korruptes Regime in Kabul gesteckt hat. Nicht erkennend, dass natürlich kein Soldat sein Leben für solche Leute einsetzt. Wie man dann gesehen ist, sind sofort davon gelaufen. Und das ist ja nicht in Afghanistan zum ersten Mal passiert. Ich muss, lieber Paul, da noch anmerken, wir reden hier eigentlich selten über Journalismus. Aber wenn du schon mal hier sitzt, wir beobachten ja seit Jahren, wie du an diesen Brennpunkten und gerade dort unterwegs bist. Und jetzt wieder. Und zwar im direkten Gespräch mit Taliban-Führern. Und das ist erstens eine wahnsinnig wichtige Informationsquelle, weil man die sonst nicht mehr hat. Es gibt ganz wenige Journalisten, die das tun. Und du warst, glaube ich, jetzt wieder mal der Erste und Einzige, der es getan hat. Nee, nicht der Einzige. Na ja, da... Christoph Reuter zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen. Viele Kollegen, also ich will ja nicht zu viel Lob hier. Viele nicht, aber ein paar sind es. Aber jedenfalls, du bist immer vorne dran. Und das ist eine ganz außerordentliche Leistung. Es gibt nicht nur Versagen im Journalismus. Es gibt auch sowas, was mutig ist und wichtig ist. Und wenn ich dir mal als Kollege sage, dann bedanke ich dir. Dankeschön. Was mir sozusagen in dem ganzen Thema wahnsinnig unter Nägeln brennt, ist die Frage, sozusagen, wie gehen wir jetzt weiter mit dem Land um? Also droht eine Hungersnot am Ende. Es droht sozusagen ein wahnsinniger wirtschaftlicher Kollaps. Also die Menschen haben nicht, haben keine Nahrungsmittel mehr dort. Das ist sozusagen die Frage, wie gehen wir dann damit um? Also was machen wir mit den diplomatischen Beziehungen? Sollen wir da wieder eine Botschaft haben oder nicht? Ich glaube schon. Am Ende müssen wir uns ja mit den Realitäten auseinandersetzen und müssen da wieder eine Botschaft eröffnen. Und die Taliban auch, die sind nämlich als erstes, als sie Kabul erobert hatten, in die Zentralbank gegangen, in den Keller und haben gesagt, wo sind denn jetzt unsere Goldvorräte? Bis sie denen gesagt haben, ja, die liegen in New York. Also da war schon mal eine große Überraschung da. Das heißt, auch die werden mit anderen Nationen trotz ihrer Radikalität zusammenarbeiten müssen. Und wir müssen da tatsächlich irgendeinen Weg finden. Es ist schwer, weil die nicht ablassen werden von ihrem Unrechtsregime und ihre Radikalität auch weiter durchsetzen werden. Ist das so? Das wollte ich jetzt als Frage formulieren. Du bist jetzt seit dem Umsturz in Afghanistan mehrfach dort gewesen. Wir erinnern uns, wir haben auch mal drüber geredet, am Anfang gab es Frauendemonstrationen in Kabul. Ganz mutige Frauen, die auf ihren Rechten bestanden haben. Die sind dann geknüppelt worden und so weiter. Was ist heute der Zustand? Sitzen da, sind die alle in Haft? Sind in großer Zahl Menschen hingerichtet worden, von denen wir nichts wissen? Die, die also sich gesucht haben und dann hingerichtet haben. Und wie ist die Haltung dieser Menschen? Sind die nach wie vor entschlossen, das Land zu verlassen? Oder sagen die, wir werden hierbleiben und werden versuchen, was an den Zuständen zu verändern? Also, was man sozusagen sagen kann, es gab keine Massenhinrichtungen, von denen man sprechen kann. Aber es gibt ganz, ganz viele Vermisste. Ich alleine kenne vier Leute, die ich dort in Afghanistan in den vergangenen Jahren kennengelernt habe, die vermisst sind. Man weiß nicht, wo sie sind. Man erlebt, dass viele Dinge außerhalb Kabuls passieren. Da ist die Medienöffentlichkeit, ist noch in Kabul, sozusagen, dass in den Provinzen schlimme Dinge passieren. Dass dort Menschen hingerichtet werden, dass sie verschleppt werden und so weiter. Das ist tatsächlich an der Tagesordnung. Was die Menschen angeht, insgesamt, viele verstecken sich noch und sagen, sie sind hier in ihrem Versteck irgendwo in Kabul, haben sich eine Wohnung gesucht oder bei Freunden untergekommen. Sie wollen immer noch weg. Also, sie versuchen, ich kriege täglich Nachrichten, die sagen, wir müssen auf diese Liste in der Bundeswehr oder beim Außenministerium, um rauszukommen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Was die Taliban angeht, haben die sehr viele Inner-Taliban-Probleme. Die kämpfen miteinander die ganze Zeit. Es gibt nicht eine wirkliche Hierarchie, keine Machtstruktur. Und das macht es wahnsinnig kompliziert, um mit denen überhaupt zu verhandeln. Wir haben am Anfang den Islamischen Staat erlebt mit blutigen Aktionen. Ist der jetzt noch zu sehen? Der ist sehr zu sehen. Ja, also, das ist eigentlich die große Gefahr, dass sozusagen ISIS gegen die Taliban dort eine Struktur aufbaut. Und am Ende für die Leute, die sagen, die Taliban sind ihnen nicht mehr radikal genug, so absurd das klingen mag, dass sie dann zu ISIS wechseln und am Ende ISIS ganz, ganz groß wird. Wie sieht denn die Handlungsempfehlung aus? Die Handlungsempfehlung Paul Ronsheimer, also nach dem Lagebild. Also, ich würde sagen, dass wir dringend eine Botschaft wieder eröffnen sollten, dass wir dringend sozusagen dort Präsenz zeigen müssten, dass wir irgendwie nicht da uns raushalten dürfen und in Doha sein und irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie Angst und wollen irgendwie nicht und so. Wir müssen da sein. Und ich glaube, egal, so grausam es ist, was die Taliban teilweise machen, glaube ich, müssen wir den Menschen helfen, dass sie nötigen Nahrungsmittel zumindest. Ja, damit sie nicht schon vor Hunger weglaufen. Weißt du, wie es an der Grenze zum Iran aussieht? Ist die Grenze riesenlang, ist die dicht gemacht, soweit man das kann? Die ist, also es wurde versucht, sie dicht zu machen, hat nicht wirklich funktioniert und es gibt einen Flüchtlingsstrom, der einsetzt langsam über Türkei und Griechenland. Das ist, also ich habe Kollegen, die in Griechenland sind, die sagen, dass da immer mehr Flüchtlinge kommen in diesen Tagen. Auf Wiedersehen, bis jetzt. Auf Wiedersehen, bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020